ARTIKULATIONS-SCHWI-RI-RI-K-E-TEN ARTIKULATIONS-SCHWI-RI-RI-K-E-TEN Monster's of Liedermaring Dieser Mensch ist Pansel und er trägt eine Ska-Mütze. Yeah! Me, myself und mein Schlägerkapi ist eigentlich von Rüdiger Bierhorst und wir sind ein bisschen angeturnt, denn der Abend war so schön. Ja, der Abend war so schön. Wir haben in Koblenz gespielt, im Kaffeehan. Wir haben das Kaffeehan erhobert. Also das ganze, das war nämlich so, äh, vergessen. Wir haben auch schon die Stühle zusammengestellt, damit es hier nicht so, äh, nicht so aussieht. Da vorne kann man übrigens sehen, was wir alles so mithaben auf Tour. Das haben wir da auf einem kleinen Häufchen zusammengetragen. Merchandise mit Julien. Viele T-Shirts, alles das. Und jetzt kommen wir zurück in den Backstage-Raum. Ich würde sagen, bevor wir in den Backstage-Raum gehen, sagen wir nochmal, dass es wunderschön ist gerade auf Tour, dass unsere Platte Formen annimmt, dass immer mehr Songs drauf kommen. Ihr müsst euch anstrengen. Friedrichshafen, Freiburg, Weinheim, Stuttgart. Stuttgart. Das ist doch was du.